Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video und zwar gibt es heute etwas aus dem Lidl und zwar die Discovery Batterie von Veko. 3 Euro hat die gekostet und die ist wirklich relativ schwer muss man sagen. 16 Schuss mit 14 Millimeter Kaliber. NEM haben wir hier 55 Gramm und wir gucken mal rein. So die Batterie selbst sieht halt wieder so aus wie so eine Veko Batterie aussieht. Nicht besonders spektakulär aber sogar mit zwei Anzündschnüren und hier auch mit Standfuß und ja dann würde ich sagen viel Spaß bei der Zündung. Ja Für 3 Euro auf jeden Fall cool. Sogar mit Saluts dazwischen. Es waren übrigens leider doch keine Saluts. Wie es sich herausgestellt hat waren das ganz normale Bombetten wo die einfach die Leuchtsterne vergessen haben. Aber das war eigentlich fast zu erwarten für den Preis von 3 Euro. Achja vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Rimm